Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Kommen auf dieser Folge 878. Wir sind dabei hier Samt zu farmen. Wir haben, ja ist nicht schlecht, also beziehungsweise ja schlecht schon, aber wir haben noch ein bisschen vor uns. Wir müssen mal kurz die Schaufel tauschen, dass wir hier einmal wunderschön genau einmal das hier ausgleichen können. Das Gute ist ja, es ist ja auch gleich wieder Nacht, ne? Ja, es ist Nacht. Haben wir unser Bett dabei? Haben wir unser Bett hier? Das liegt bestimmt hier hinter, ne? Wo ist unser Bett? Haben wir unser Bett hier vorne? Äh, Bett? 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 Das ist jetzt die gute Frage, wo wir uns ja Bett gelassen haben. Äh, ja. Nö, ich hab keinen Plan. Bin ich blind? Wahrscheinlich. So, wir klauen uns einfach hier so ein grünes Bett, ist mir egal. Da nehm ich das. Ey, das grüne, das passt auch zu mir. Zu meinem T-Shirt. Hallöchen. Da ist einfach. Äh, okay. So, da realisiert man erstmal kurz hier was passiert. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hallo? Achso, wir haben Jampus. Okay. Das Ding ist, wir müssen jetzt einmal da drüber laufen und müssen uns das anholen. Ich hab mir das Ganze nochmal angeguckt. Ja, da hätte man nix machen können. Der war halt einfach irgendwie da. Und, äh, ja. Der war da und war irgendwie da. Und da kannst du nix machen. Ich weiß nicht, von wo der gekommen ist. Wie der da hingekommen ist. Keine Ahnung. Aber wenn wir unsere Items eingesammelt haben, können wir mal kurz Statistiken angucken. Dann weiß man nämlich so ganz genau, grob, irgendwie in die Richtung Wüste. Genau hier, Wüste wollen wir hin. Äh, was denn da so passiert ist. Also, wo bin wir hin? Die Richtung. Haben wir schon Lauf und Hilfe. Das haben wir doch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Gelaufen, Wut. Das geht ja gar nicht. Ja, wir müssen gucken. Wir haben nämlich unsere Sachen hier neben irgendwo. Warte mal, bekommen wir denn am besten dahin. Da schweben schon Sachen rum. Jawohl. Also hier sind wir schon mindestens hochgegangen. Ich weiß nicht mal mehr, wo der herkam. Der war plötzlich da. Und, äh. Der war da und irgendwie dann hat es Boom gemacht. Ich habe nochmal geguckt. Das war auf jeden Fall sehr lustig. So, die Elytra ist da. Die Hose ist da. So, wir nehmen das. Wir nehmen den in die 2. Wir nehmen den in die 3. Ne, da müssen die 4. Der kommt hier hin. So, hier ist noch irgendwo Sand. Genau. Jetzt die Frage, ob wir alles eingesammelt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Fehlt die Schaufel. Die ist da. Genau, der kommt da hin. Der kommt noch da hin. Und der kommt da hin. Ja, Trubickelfische wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ja, da wollte man sich mal erfreuen an dem ganzen Zeugs hier, ne? Und dann, äh, ja, explodiert hier einfach alles. Da geht man einfach rum in die Luft. Das ist doch doof, sowas. So, jetzt das Problem haben wir jetzt irgendwie keinen Platz. Wir haben ja, wenn wir da, wir müssten mal eine Schalkerbox nehmen und Krimskams reinschmeißen und sowas. So sieht das, das und ich weiß noch mal ganz kurz hier den Sand rein. Der ist Move, Set, und manche weg. Ich brauchte dich nicht. Ich will dich nicht haben. Ich will dich nicht haben. Der kommt da hin, der kommt da hin, der kommt irgendwo da hin. Und das können wir weiter Sand fahren. An dem Fall, der kommt nicht da hin, sondern in meine Off-Hand. So, dann können wir hier nämlich einmal hoch den Sand abbauen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Das sparen wir mal kurz ab und dann können wir hier schon mal kurz einmal abbauen. Wunderschön. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Sand heute gefarmt hier. Das ist ja... Apropos, wir wollten kurz Statistik gucken. So, wir gucken mal kurz. Ne, die Back-to-game Statistik. So, wir sind gestorben. Wie oft sind wir gestorben? Wo steht denn das? Äh, Time, 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 ne, wie heißt das denn? Time Blade. Time Blade haben wir 8,4 Tage. Wir haben 700 Mal geschlafen. Ja, nicht schlecht. Äh, bitte, bitte, wo ist denn das Ding? Äh. Vier Minuten haben wir jetzt überlebt. Wunderbar, das ist ja schön. Wir waren vorher bei über einem Tag. Warte mal, number of death müsste doch irgendwo... Interaction, Distance, warte mal, wo ist denn hier? Number of irgendwas. Number of death, 29, ja. 29, bald haben wir sind mit 30 Mal gestorben. Gut, dann können wir das Stil schäumen. Das ist ja auch interessant, ne? Gut, dass wir kein Hardcore spielen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber wir spielen ja kein Hardcore, ne? Wir spielen kein Hardcore, zum Glück. Zum Glück kein Hardcore. So, wo sind wir denn hierher? Wir haben ja auch Wasser, genau. Na gut, das Wasser könnte man theoretisch gesehen wegnehmen, wenn man jeden letzten Sandblock haben will, ne? Dann könnte man das auch mal sagen, wir wollen mal den Sand hier oben hin tun und wollen mal hier sowas hinsetzen, wunderbar. Und wir wollen natürlich auch jeden Sand mitnehmen, den wir abbauen, weil dafür geht ja auch Haltbarkeit drauf. Dafür geht Haltbarkeit drauf. Sand, 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 Dankeschön. Und ja, das ist, naja gut. Rode sind Rode, ne? Nein, das ist ärgerlich. Aber dafür, dass wir kein Hardcore spielen. Wir haben noch gar kein Raid bis jetzt, glaube ich, gemacht. Kann das sein? Kann das sein, dass wir noch gar kein Raid bis jetzt hatten? Ne? Das ist schon lustig, ne? Wunderbar. Das ist, äh... Ja, gefällt mir richtig gut. Ne, die Tote nicht, aber... Es ist schön, dass das, ja... Vielleicht da für die Minuten leben. Und Sand, boah, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauen. Ich würde sagen, wir machen das einmal so, dass wir tatsächlich... ...die Schaufeln alle... ...zu, äh... ...also quasi alle verbrauchen, dass wir die nur noch reparieren müssen. Das machen wir, denke ich mal... Ja, und dann ist auch, glaube ich, Schluss. Dann ist, glaube ich, Schluss mit dem Sand. So, wunderbar. Guck mal, hier haben wir da auch. Guck mal, die Dorfbewohner, die verirren sich auch schon hierhin. Die verirren sich auch schon hierhin. Ah, wir haben gar keine XP mehr. Haha, lustig. Naja gut, ist ja nicht so wild. Die XP kriegen wir ja wieder ganz, ganz schnell und ziemlich zügig. Das ist nicht das Thema. Die XP ist das kleinste Problem. Solange wir unsere Items alle haben, ist das alles... ...alles noch okay. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Komm, den Sand, den wir auch mit. Äh, den Sand, den wir mit, wenn wir den mit dem könnten. Dann würde ich den mitnehmen, aber sonst nicht. Ansonsten lassen wir liegen. Nein, Spaß mit denen natürlich jedenfalls mit. Koste es, was es wolle. Selbst wenn es die Niederreizschaufel ist, nein, Spaß. Die würden wir natürlich nicht zurücklassen wollen. Und auch werden nicht zurück... ...lassen. Egal was passiert, werden wir sie mitnehmen. So, jetzt dürften tatsächlich, glaube ich, sogar alle Sandblöcke abgebaut sein. Warte mal, wir haben jetzt... ...diesen Bereich, der... Vielleicht, ach guck mal, hier ist auch unser Bett. Naja gut, wenn man das sucht, dann würde man es nicht. So. Dementsprechend können wir auch eigentlich unser... Ach guck mal, neuer Wandering Trader. Was willst du denn da so haben? Oder was gibst du? Moos haben wir Spruce. Bucket of Powerfish können wir haben. Die weiße Tulpe... Ja, aber nö. Also... Im Prinzip könnten wir uns nur... Die Leinen snacken wunderbar. Mehr will ich gar nicht haben. Die Leinen gesnackt, dann tun wir hier nochmal kurz den Sand rein. Nehmen die Schalker-Boxen mit. Ist das die Seek-Touch? Ja, ist die Seek-Touch. Nett, dass ich jetzt gleich das falsch abbau. Das wäre natürlich sehr tragisch. Und dann gehen wir tatsächlich mal... Ja, wo gehen wir denn hin? Als nächstes. Wir müssten ja tatsächlich hier... In diesem Bereich irgendwo weiterarbeiten. So, das wäre auch der Bereich, wo wir dann als nächstes... Oh. Nicht ausbauen. So, da ist noch Platz drin. Da ist leer. Oh. Da ist noch Platz, äh, Sand drin. So, das heißt... Dehn da hin. Dehn da hin. Dehn da hin. Und die Enderkiste da hin. Ich nehme tatsächlich lieber das Leinbett. Ich meine, das hat eben schon Pech gebracht mit dem Creeper. Von daher... Äh... Lehme das nochmal und gucken, dass kein Creeper da ist. Wie sie jetzt sagen. Wenn ich es vorhin wieder mit zu fallen, lasse man Buzi-Verdot da. Und wenn ich mich nochmal schnell absehen will, dann... Kommentierst noch. Und dann... Wählen wir auf fast 30. Bis zur nächsten Folge. Tschau, Leute.